Willkommen zum zweiten Teil. Holen wir das Paket. Lisa und ich. Komm. Jetzt machen wir das Paket auf. Jetzt packe ich das Paket weiter auf. Gucken wir mal was sich da drunter verbirgt. Boah. Gell Wainte, das ist groß. Ja. Und jetzt sind wir das im Zeitraffer, wie wir das auspacken. Jetzt packen wir zusammen das Schlagzeug aus. Und jetzt geht's los. Woa. Aua. Die Knöpfe. Der Termin. Der Erdlärmste. Die Knöpfe der Haut werden mal. Die Knöpfe. Dástartan. Die Knöpfe. Die Knöpfe. Der Erdlärmste. Das ist jetzt das Schlagzeug. Das ist die Vorder- und Rückseite von der großen Trommel. Valentina, du musst sie schon mal die zwei Ringe weg tun auf die Seite, dann pack ich so lange die andere Trommel auf. Jetzt machen wir nochmal eine Zeitraffe ein, weil es eine längere Geschichte wird. Und jetzt geht's los! Und hier ist das fertige Schlagzeug. Wie Valentina das nächste Mal drauf spielt, sehen wir das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!